Auch wenn 100.000 Leute sagen, wir brauchen Autobahnen, glaube ich nicht, dass das die richtige Antwort auf die Klimaprobleme ist, die wir haben und die unsere nachfolgenden Generationen zu bewältigen haben. Wenn wir Straßen bauen, zieht das Verkehr an und wir müssen uns meiner Meinung nach damit auseinandersetzen, hier Lebensqualität anders gestalten, statt Flächen zu verbrauchen und statt Existenzen kaputt zu machen. Für Luxus, für eine Lebensreise, die ganz offenbar nicht diesem Planeten rechen wird.